Also, also mein Orientierungssinn besteht daraus, mir meine Umgebung einzuprägen. Ich hab keine Orientierungssinn. Wie ne Bockwurst hat der Josch. Ja, ich sag ja, wie ne Frau. Aber Bockwurst, also können lecker sein. Ja, aber sie können sich nicht orientieren. Ja, sie können sich auf dem Grill immer so rumdrehen, dass sie überall gleichmäßig braun sind. Ja, ich könnte sich aber auch mal falsch drehen. Wie ne heiße Kartoffel. Na, Kartoffeln find ich nicht so lecker. Kartoschka. Kartoschka-Flüssigkeit aus, äh, da wo kommt der raus aus, äh, Ding. Ihr seid noch nicht irgendwo wieder abgebogen, ne? Ne, im Kreisverkehr dann rechts. Boah, wie der Kartoffel, der Kreisverkehr hat voll, ich wollte es nicht voll durchnimmt, sagen. Ja, kann beeilen dich mal ein bisschen. Ich kann's halt. Ich kann's halt, ich kann's halt, weißt du. Ich denke, Karsten, war das da deine Firma? Ja. Deine Firma mit Öl. Jetzt hab ich die Firma verpasst, ich bin ein Proof. Oh, jetzt hat er die Firma verpasst. Ne, ich wollte dem Karsten noch zugucken, oder kann er nicht, wenn ich zuguck. Ne, dann kann ich nicht. Ist mir egal, ich guck jetzt zu. Oh, ist aber eng hier. Scheiße. Ist aber eng hier. Karsten ist eng hier. So. Äh, jetzt will ich nur das T auf der Tastatur finden. Geh mal rein zur Werkstatt. That's why beleuchtete Tastaturen aren't as bad as you think. Da war aber jemand rücksichtslos. Ja, find, find ich auch nicht korrekt. Toll. Null EP. Ne, muss ich sagen, kann ich so nicht tolerieren. Und alles nur wegen dem Julian. Warte mal, mein ETS macht grad keine Bewegung mehr. Ich hab grad die Karte gesucht, mein ETS fährt gerade ein. Oh, warte, ich guck auch mal auf die Karte. Jetzt ist es wieder da. Jetzt ist es wieder eingefroren. Hä? Ich geh auf diese Karte raus. Mein ETS ist heute irgendwie putt. Ist putt? Wartung. Ja, ich kann auch kein Tab drücken und so, aber ist okay. Warum fährst du links rum, Karsten? Werkstatt. Ah. Okay. Ich muss zur Werkstatt fahren, weil ich kaputt mein Auto. Du musst zur Werkstatt fahren. Ja, aber eigentlich muss ich mal ein paar Karte rennen. Du musst bis deine Balkanese Nummer 35. Ah, das ist sauer. Ey, mit gelbe Karresauce. Geblattene Lais? Ja, natürlich immer mit geblattene Lais. Geblattene Nudeln. Wusstet ihr, James? Was ist das? Der Julian, der ist so ein Nudelbesteller. Der Julian bestellt über gebratene Nudeln. So würde ich ihn einschätzen. Ja, würde ich auch. Guck mal, Julian, hinter dir. Ah, hi. Hi, jo. Hallo. Ich muss jetzt nur noch Josh und der James abliefern. Jo, der, der Jan ist zuerst. Woher geht's denn London und Cambridge, ne? London und Cambridge. Ne, Saufhemden. Ne, Saufhemden sind wir gerade. Zu einer Firma. Cool, dann mach ich einfach mitten rein. Und was war das andere noch? Ich kann ja sagen, wo der James hin muss, weil das hat er mir schon mal gesagt. Nach Postbeat. Jetzt ist die Karte wieder gelegt. Was ist damit falsch? Oder ist meine Maustaste kaputt? Hallo. Route zurücksetzen, dann eben. Arschlochding. Arschloch. Arschlochding. Nach Postbeat. Kambritge. Nach Kambritge. Wo musst du dann hin? Äh, KFOR. Zur KFOR musst du? KFOR. KFOR. So. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Jetzt häng ich am Geländer. Ach, wir müssen links fahren, scheiße. Ja, wir müssen links fahren. Also links sogar im Sinne von ganz links und nicht nur links ab. In Great Britain. Ja, ey, das find ich aber nicht so great. Great. Ich find da interessant, dass Nizza auf Englisch nice heißt. Das find ich irgendwie lustig. Das find ich voll nice. Ja, das find ich voll nice. Bin ich eigentlich der Einzige, der das lustig findet? Also ich find das auch lustig. Ich glaub, wir können fahren. Ja, ihr könnt fahren. Nee, das können wir zwar nicht, aber wir probierens mal. Haha, lustig. Wegen, weil wir können nicht fahren und so. Ja, ja, hahaha. Das ist wie, ja. Aua. Alter. Ist, ist okay, ist okay, äh, Josh. Wir verstehen das schon. Wir finden es noch nicht lustig. Ich fand das lustig. Hi, Jay. Ich wollte, dass du mal gesagt haben, dass ich das lustig fand. Hi, ja, Tag. Warum sind die eigentlich 50? Bei mir nicht mehr. Meilen. Oh, ich hab sogar einen Meilen-LKW. Geil. Ham, nam, nam, nam. Muss da Carsten gerade an seine gut und günstig fertig-frikantellen denken. Nee, jetzt nicht mehr. Die stehen jetzt etwas länger hier im Warmen. Der nimmt mich da gerade. Ich bring's links abbiegen. Du nimmst gerade den James, lieber Josh. Oh, ja. Du drängst sie noch weg und, äh, dies wird möglich. Ah, nein, nein, nein. Du drängst sie nach links und sagst. Der Carsten liegt, der Carsten liegt. Der Carsten liegt. Ich habe schon gelegen. Ich habe schon gelegen. Josh hat in die Luft gelegen. Geil. Ich habe schon gelegen eigentlich. Hi, Carsten. Du siehst mich nicht. Doch, ich hab dich gesehen. Nein, du siehst mich gar nicht. gerade rückwärts auf der Ausfahrt, damit ich verstehe nicht. Nein, ich verstehe nicht. Ja, ja, was ist da? Mein Motor ist aus. Haha. Und er springt nicht mehr an. Und alsbald zog er davon. Wo ist er denn? In die Ferne. Richtung London. Wieder, wieder zurück. Dann warte ich hier. Ich hab, wir können uns demnächst noch kürzere Routen aussuchen. Ja. Hat der Carsten denn wie nächstes gelegen? Nein. Nein. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Der Josh hat in der Luft gelegen. Ja, ich hab mich dann wieder gesetzt. Also gestanden. Bei mir steht alles gleich wieder. Also sofort fast. Perfekte Position. Für was denn? Auch für nix. Das warl da mal geprüft. Kirsten, ich würde noch das Licht ausmachen. Wenn nicht der Licht ausmacht. Wenn nicht du wäre. Nee, den sieht ich ja sowieso. Auf fuck. Ich moet andersrum legen. Dann fährt ja direkt an mir vorbei. Hey Josh, du versuchst gerade rückgert? Wir dunlar. Ich versuche rückwärts zu der interessanten Stelle zu kommen, um das mit der Fernsehkamera live an sich zu verfolgen. Wo bleibt der denn denn? Was macht denn der ja? Takt da? Ach, der fährt auch rückwärts. Ich fahr, Carsten. Fährst? Ja, ja, ich fahr. Nein, 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 er kann fahren, er kann das. Ja, ich kippe in Auffahrten nicht was um. Nee. Wenn, dann kippt er ganz um in Auffahrten, aber fast nicht. Hi, Josh. Hi, Josh. Ihr könnt schon mal langsam wieder Gas geben. Oh, dann muss ich schnell meine Fernsehkamera an sich. Oh, dann muss ich schnell Vorwärtsgang rein machen. Boita. Meine rechte Maustaste ist am Arsch. Da kommt er. Ich glaube, es reicht, wenn er erscheint. Zu spät. Der legt sich aber auch immer selber, kann das sein? Ich stehe doch. Er legt sich immer selber flach, weil mit dem MAN kriegst du das auch gar nicht anders hin. Will auch sonst keiner mit. So, äh, was ist hier Richtung London? Hi, yo. Ah, London. Wir sind ein bisschen wie Frankreich. Da gibt es leckere Dachtflambe. Der James fährt Scharlangen. Scharlangen. Ja. Müssten wir nicht hier runter? Ja, wir müssen da schon abfahren. Nur so gedacht, so mal eben. Karsten, ich bin neben dir. Ja, ich sehe das gerade. Kein Problem. Ich bin heizter, Mann. Nö, nö, da heizt man ruhig. Brumm, 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 brumm. Ja, genau. Brumm, brumm, brumm. Brumm, brumm, brumm. Ach, Quatsch. Das macht doch nicht, brumm. Macht nur, brumm, brumm. Hoi. Ich mache immer so Spurwechsel. Du gehst Brumm. Da ist doch Karsten neben mir. Voll neben der Spur. Oh. Ja. Oh. Oh, nein. Wie das ausgesehen hat. Ja, das kommt davon, wenn man so einen Lastenwechsel macht, so einen schnellen. Nee, das kommt davon, wenn man nicht die Außenansicht geht. Ach, schön. Ach so. Warte, ich will nochmal challengen. Überlebe in der Achtansicht so lange wie möglich. In der Achtansicht? Ja, in der Achtansicht. Die ist voll ein Highlight. Ja, interessant. Voll ein Irrnein. Interessant. Wie wäre es denn, wenn du ein bisschen langsamer fährst? Ja, würde ich auch vorschlagen. Wir sind gerade stillgeblieben. Ich bin der letzte... Ich warte auf dich, James. Schleim nicht rum. Und ich probiere gerade mal eine tolle Kameransicht aus. Das ist zwar nicht meine, aber es ist mir egal. Ich habe sie nicht programmiert. Hast du nicht programmiert? Nee. Mach das mal. Ja, mach das mal. Hui. Und das ist eine Band. Aber schon geil, die Sicht. Exklusiv bei mir Szenen, wie sie nur im Fernsehen gezeigt werden. BRTL. Im ASI-Programm. Lack für Cobra 11, oder was? Nee, also ASI-Programm. Ey, Chantal, heu mal nicht rum. Weißt du, ey. Ey, die, die Schackeline... Ach so, der Josh fällt gerade in der Fernsehkammer. Okay. Jetzt nicht mehr. Just in diesem Moment habe ich mir das abgewöhnt. Aber meine Zuschauer können das bezeugen. Mach ruhig. Mach ruhig, Josh. Mach ruhig. Das ist okay. Ich toleriere das auch, dass du anders bist, Josh. Dass du das gerne machst. Weil hier Berghoch hat das voll was. Aber wenn du die Quälung des Motors hörst. Boah, hier ist es geil. Also, boah. Ey, das... Boah. Du Deutsch auch manchmal... Alter, Alter. Das sah aber majestätisch aus. Aber hollala. Hast du ein geiles Thumbnail jetzt? Josh, jetzt gib doch mal Gas. Mach einfach mal ein geiles Ding hier. So ein... Ding da. Josh, Gas. Ey, ich stehe auf dem Gas. Ich bin doch gerade stehen geblieben. Aufgrund meiner geilen Kameraansicht. Ich dachte, du wärst aus einem anderen Grund stehen geblieben. Wegen stehen... Ne, weil du stehen geblieben bist. Achso. Wegen... Hä? Wegen geistig. Wegen geistig stehen geblieben. Voll stehen geblieben, ey. Ey, das kannst du beim LKB gar nicht schon sitzen. Alle vorne, auch wenn die blöd sind. Ist das ein majestätischer Sonnenuntergang? Majestätische Sonnenuntergang. Majestätisch regnet. Na, mir regnet es nicht, aber ich hätte mir auch gar keinen Sonnenuntergang. Wie mache ich denn Screenshot? Da hinten ist der Sonnenuntergang. Hinter uns. Ach, sicher. Behind you. Hallo, ich fahr mir in den Screenshot rein. Das ist der Dash. Ich hab nämlich gar keinen gemacht. Danke, Josh. Was hab ich gemacht? Mich gerauert. Also, hast du gut gemacht, Julian. Ich kann den LKW nach links nicht einschätzen, wenn da so viel LKW ist. Ich sitze irgendwie auf der falschen Seite. Ach ja, du sitzt ja auf der rechten Seite. Ja, Josh, dann solltest du nicht ganz so schnell fahren, wenn du da Probleme hast. Okay. Man fällt da so schnell um, weißt du. Ganz anhalten solltest du aber nicht. Ich fahr noch, so 5 kmh. Motor 4 Funktion. Also, 3 MPH. Komm, gib doch mal Gas. Brumm, 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 brumm. Oh, wir müssen London fertigisch reparieren, während der James abbiegen. Ich glaube, wir müssen hier draus. London. Wir müssen hier abbiegen. London d'Ouvert. Ich bin dafür, dass wir jetzt alles Französisch aussprechen. Echt? Aber wir sind doch in England. Aber... Wir müssen hier abbiegen. In Frankreich gibt's leckere Sachen. Nein, nein. Nein, mein Name, ich sag's, hindurch. Ja, zum Endziel vielleicht. Wir müssen doch hier hoch, Julian. Ist doch alles durch, durch, durch. Du, Julian, 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 das ist nicht hoch. Nee, nee, guck mal, ich fahr von der anderen Seite. Ich fahr von unten in die Stadt. Ach, von unten. Du kannst auch noch von unten in die Stadt rein. Ach, von unten geht auch. Ja. Durch, durch. Durch, durch. Durch, durch. Durch. Durchstoß. Das war geradeaus, glaub ich, ne? Dosch, dosch. Ja, geradeaus. To London. To London. To London. Es gibt also zweimal London. Boah, heftig. Hui. Was war da los? Was war da los? Was war da los? War vielleicht ein bisschen weit links. Ich mein, ich kann das noch schlechter einschätzen. Also ein LKW ist ganz schön laut. Welcher? In dem Jahreszeiten? Der LKW hat auch nur noch elf Gänge. Ach so. Ist der kaputt? Ein bisschen. Aber du hattest den dort zwischendurch repariert. Ja, ich weiß, aber dann stand der Josch im Weg. Ach so. Was? Ja. Hä? An der Autobahnauffahrt. Hä? Und danach warst du doch noch repariert. Nee, da stand der Attac erstmal. Dann stand da ich. Äh, was will das? Ey, der hat erstmal der Attac reinfahren müssen. Ey, ich konnte halt nicht voll, voll nicht drauf klar, ey. Müssen wir da vorne abfahren? Nee, geradeaus. Ich hab gefahren. Und Heeper, Burningham. Ich glaub so, dem James Sandruck wird irgendwie... Brum, 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 brum. Kaputt, ne? Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. Ja, ich synchronisiere den auch in Echtzeit einig. Also ich stand dafür auch im Studio da bei SIS und so. Ja, ich fahr nicht so schnell mit deinem LKW, den du nicht einschätzen kannst. Juh, juh, ich kann das. Juh, juh, ich höre noch nicht. So, ich überhole den. Carsten ganz geschnittig. Ganz geschnittig? Die Schnitte. Die geile Schnitte. Nur, wenn man jetzt nach links die Spur wechseln möchte, dann muss ich voll in den Spiegel gucken. Das ist voll ätzend. Voll ätzend. Oh, la, la. Äh, Carsten. Wir müssen dich jetzt abfahren. Was denn? Korrekt. Du bist ja gerade vor mir hergehüpft. So ein bisschen. Geradeaus, geradeaus, oder? Nee, wir müssen...